Im Dialog Andere Geschosse anzeigen wird Ihnen in der mittleren Auswahlliste angezeigt, was für Geschosse in der geöffneten Planung vorhanden sind. Sie können entweder per Klick einzelne Geschosse in dem Geschoss, in dem Sie sich gerade befinden, zusätzlich gestrichelt anzeigen lassen oder Sie können dies auch für alle Geschosse tun. In dem Moment, wenn Sie dies für alle Geschosse tun, wird die Darstellung in einen Schwarz-Weiß-Modus umgeschaltet. In dem Moment, wenn Sie nur einzelne Geschosse durchspiegeln, sehen Sie die durchgespiegelten Varianten gestrichelt. Beachten Sie bitte grundsätzlich, dass alles das, was durchgespiegelt wird, im aktuellen Geschoss greifbar ist. Das heißt also, mit sämtlichen Funktionstasten, zum Beispiel wie STRG E, können sämtliche durchgespiegelten Punkte angesprungen werden und so direkt für die Planung Verwendung finden.